Wir machen heute ein schönes vorweihnachtliches Programm. Ich versuche ziemlich mitzumachen, ich bin noch nicht 100% gesund, aber doch zu 99% glaube ich. Ok, habe ich dich jetzt nicht dumm gemacht, Dani? Doch, ja, ihr seid dumm. Wir werden uns erst ein bisschen auf, wir brauchen einen Stuhl, zwei Wasserflaschen und ich bräuchte meine Brille um meinen Zettel zu lesen. Egal, wir wärmen uns jetzt erstmal ein bisschen auf, oder auch nicht, jetzt spielt mir die Technik hier einen kleinen Streich, ich bin gleich soweit, der CD-Player mag nicht. Sorry Leute, es dauert noch ein bisschen, ich kriege die Musik mehr zum Laufen. Meine gute GEMA-freie Musik brauche ich. Guck mal, Mami. Guck mal an. Hallo. Mit deinem Armband. Super. Mh. So, dein CD-Player geht nicht mehr so irgendwie. Ach, Meno, dann hast du ihn kaputt gemacht. Ja, ich hab ihn kaputt gemacht. Von dem ganzen Musiklern. Ja, genau. So. Mh. 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 Sorry, ich krieg's nicht. Jetzt. Ha! Ich hab's nicht. Aber jetzt, sorry. Jetzt geht's los. Okay. Stille nach hier. Beine bisschen auseinander. Wir machen hinabgleich. Tapp. Tapp! 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 Jawohl. An, wir gehen nach vorne. Und zieh. 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 Tapp. Tapp. An, wir gehen zur Seite. 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 Tapp! Ab nach oben. Hoch. 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 nochmal nach vorne was ist mir los macht mal weiter wärmt euch ein bisschen auf bis ich die Technik kriege ich habe leider nur den einen CD-Player weil wer hat noch CD-Player so, aber jetzt so, wo sind wir okay, bleib hier Beine ein bisschen nach außen kleiner Tipp rechts, links, rechts Schulter, zieh, zieh zieh ab geht mit lang, lang hopp, hopp hopp und bleib hier wir drehen uns zur Seite ein Bein ruhiger ein bisschen dehnen die Zeit wechseln und schön dehnen gehen wir mit der Hände auf die Oberschenkel rücken jetzt gerade wir machen den Rücken los gerade sieh sieh vier langsam aufsicht acht sieben vier und wir marschieren hübsch so, aufgepasst wir brauchen uns den Stuhl ein Fuß aus dem Stuhl ein bisschen nach vorne wir gehen hinten ab und hoch nach so hoch tief 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 jawohl hopp hopp tief 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 Und die Beine wechseln. Andere Kuh hoch. Hier noch. Drei. Zwei. Achtung. Und los geht's. Kiep. Kiep. Juhu. Super. Occhie. Super. Achtung. Sieben. Vier. Die Beine ein bisschen locker. Auseinander. Schön tief runter. Hände zusammen. Oberkörper leicht nach vorne. Zieh mit dem Zeigen nach außen. Wir schieben uns von rechts nach links. Richtig wie auf der Schiene. Jawohl. Juhu. Schieben. Schieben. Meine Potenzialien vom ersten Kurs liegen noch da. Schieben. Auf geht's. Juhu. Jawohl noch an. Schön unten bleiben. Wir haben hier die Kino hier schieben. Vier noch. Okay. Komm langsam hoch. Bleib hier. Arme nach vorne. So, wir gehen jetzt immer mit der entgegengesetzten Zehenspitze zur Fingerspitze. Okay? Vier. Drei. Zwei. Und sieben. Ziehen. Ziehen. Hup. 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 Juhu. Jawohl. Wuhu. Super. Durchhalten. Juhu. Achtbar. Vier noch. Okay, bleib hier. Ohne Stuhl. Großen Ausfallschritt. Oberkörper bleibt gerade. Bauchspannen. Arme tief. Macht eine Faust. Wir gehen ab und hoch. Und tief. 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 Jawohl. Oberkörper schön gerade. Juhu. Tief. Super. Hup. Hup. Tief. 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 Juhu. Achtung. Fliegen am Witzel zur anderen Seite. Ohne Pause. Ohne Pause. Juhu. Super. Super. Keep. Hup. Keep. Keep. Woohoo. Und dann können wir schön gerade Bauch spannen. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Oh, die Beine sind ein bisschen locker. So, wir gehen schiefer. In die Anken. Arme nach vorne. Den Popo nach hinten. Macht euch schön lang. Vier. Drei. Schieb die Knie nach vorne. Schieben. Schieben. Uh. Schieben. Schieben. Up. 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 Woohoo. 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 Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, und vier mal vier. So, aufgepasst, wir laufen, ganz schnell, und zieh die Knie im Wechsel hoch, wenn es nicht geht, macht einfach den hier, geht auf, voll los geht's. Zieh, zieh. Schön hoch, die Knie. Juhu. Ja, ihr könnt auch einfach den machen, wenn ihr wollt. Geht genauso. Okay, entweder springen, oder die Knie so hoch, wie es geht. Vier noch. Drei. Zwei. Okay, marschieren. Wir brauchen unseren Stuhl. Zum Hintensetzen nicht. Wir machen Tipps. Okay. Die Hände an den Rand. Bisschen nach vorne. Und. Zieh. Juhu. Zieh. Juhu. Juhu. Die Hände. Juhu. 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 Prone。 Juhu. Wenn du da diese Hände abon funktionierstiene, Juhu. Okay. Bleibt am Boden. Wir gehen zu den Liegestützen. Ja? Wenn ihr wollt, macht Richtige. Ihr könnt aber auch auf die Knie. Vier, drei, zwei und drauf geht's. Und dann geht's. Vier, acht. Okay, wir brauchen unsere zwei Wasserflaschen. Stell euch hin. Beine ein bisschen nach außen. Brille, Bogen, Schulterhöhe. Okay. Die Arme strecken. Strecken. Wuhu. Haps. Haps. Super. Wuhu. Haps. noch. Bauch schön mit anspannen, Pupu spannen. Vier noch. Okay, die Flaschen weg, nicht die Hand. So, wir brauchen ein bisschen Platz. Tiefer Jack oder normaler Jumping Jack, wie wir wollen. Fünf, sechs, sieben, eins. Woo! Super! Ja, ihr könnt beide ehren, wenn ihr wollt, machen wir nochmal einen Jumping Jack. Okay, geht auf. Woohoo! Ah! Sieben. Woo! Kier noch! Kier noch! Okay! Es geht mit Liegestützen weiter, aber jetzt nehmt ihr die Hände oder die Ellenbogen ganz dick an den Körper und wir gehen hier ab. Langsam. Wir gehen ab und hoch. Ab und hoch. Ja? Zeig mal von der Seite. Ellenbogen bleibt nicht am Körper. Wir wollen den Trizeps nochmal. Ab und hoch. Ab und hoch. Ab und hoch. Noch vier! Drei. Zwei noch. Und ein letztes! Okay. So, wir brauchen jetzt wieder unsere Flaschen. Stellen Sie euch nochmal hin. Ich gehe ein bisschen zurück, dann seht ihr das. Telefon mit Schulterhöhe. Arme nach oben. Zieh. 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 Pull. Woohoo. Atma. Hopp, 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 acht noch, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, okay, die Flaschen auf Seite, wir brauchen wieder ein bisschen Platz und wir laufen ganz schnell. Und laufen. Super, durchhalten, ihr schafft es. Gleich haben wir es. Achtung, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, wir legen uns auf dem Bauch, auf dem Boden, die habe ich leider vor dem Laufen vergessen. Shit, den Fallschirmspringer brauchen wir noch. Arme anwinken, Beine anwinken, okay, und hoch, hoch. Woohoo! Seat, seat, seat. Acht noch. Vier noch. Und hier und locker lassen. Trinkt was. Dieses war die erste Runde, die zweite Runde folgt zugleich. Jesus. Wir machen jetzt quasi nochmal die gleiche Runde. Und zwar, ganz genau wie eben, ich habe zum Schluss den Fallschirmspringer, den hätte ich nochmal vor dem Laufen machen müssen, aber ich habe ihn vergessen. Ich bin da irgendwie in meiner Liste durcheinander gekommen. Jetzt machen wir es nochmal richtig. Und dann machen wir noch gemeinsam Bauchtraining, bisschen Stretching. Ready. So. Bereit. Es geht wieder mit dem Stuhl los. Und los geht's. Okay. Woohoo! Ein Fuß auf den Stuhl. Achtung. Und los geht's. Und los geht's. Und los geht's. So. Es geht es. Und los geht's. Es geht's. Jetzt geht's. Okay, Beine wechseln. Vier nach. Drei. Zwei. Und los geht's. Juhu. 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 Halt noch. Hier noch. Okay. Beine ein bisschen locker. In den Squat. Schön tief, Oberkörper nach vorne. Hände zusammen. Und wir schieben. Also, und schieben. Schön mit dem Popo unten bleiben. Jawohl. Wuhu. Jawohl. Wuhu. 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 Und los. Okay, wir marschieren. Kommen nach vorne. Die Ziehspitze zu Wiederspitze. Und. Die Ziehspitze zu Wiederspitze. Die Ziehspitze zu Wiederspitze zu Wiederspitze. Die Ziehspitze zu Wiederspitze zu Wiederspitze zu Wiederspitze. Achtung. Und los geht's. Schönen gießen wir runter. Jawohl. Vier noch. Achtung, fliegender Wechsel. Und weiter geht es zur anderen Seite. 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 Und alles Nos geht. Ihr könnt auch mal variieren, wenn ihr wollt. Macht einfach langsam. Ja, langsam ab. Langsam hoch. Freie nach. Und der letzte. Okay. So, unsere Handeln. Ihr könnt euch stellen. Ihr könnt auf den Knien bleiben. Achtung. Arme strecken, beugen. Jawohl. Super. Zieh. 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 Okay, die Flasht aller, die Handeln weg. Ein bisschen Platz. Tiefer Check oder normaler Jumping Check. Vier, drei, zwei, ein. It's a movie when I hit the club. We up on my profit. See it then I cop it. Ready for some action. Franklin's Glass injection. Ready for some action. Woohoo. Action. Ready for some action. Back, 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 back. It's a... Oh, so cool! So, wir gehen wieder auf den Boden, jetzt habe ich hier wieder Werbung eingebloggt, ich war schnell weg, auf den Boden, enge Liegestütze, langsam, ab, hoch, ab, hoch, ab, hoch, ab, hoch. Es ist ein, es ist ein, es ist ein, es ist ein, es ist ein movie, man, I hit the club. We up on my profit, see it then I cop it, ready for some action, Frank McGrath and Jackson, ready for some action, ready for some action, ready for some action, ready for some action. Okay, letztes Mal die Handeln, hinstellen oder bleibt sitzen, ist völlig egal, die Schultern sind wichtig. Okay, nach oben, hoch, hoch, schon lange nicht mehr so geschwitzt. Woohoo, listen, listen, listen. Woohoo, listen, 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 listen.